Was ist das Schweizer Rote Kreuz? Wir besuchten zwei Regionen. Einerseits waren wir in der südlichen Provinz Sint, wo das Schweizer Rote Kreuz in drei Camps noch immer von den schweren Fluten vertriebene Menschen betreut, ihnen Nahrungsmittel verteilt, Hygieneprodukte usw. Es sind sogenannte Haris, Landlose, deren Häuserteile heute noch unter Fluten stehen. Sie sind bis zu 300 Kilometer weit gereist, um in der Nähe Heiderabad in diesem Camp Zuflucht zu finden. Allgemein ist es aber so, dass nun von den schätzungsweise 12 bis 14 Millionen direkt betroffenen Menschen die Mehrheit entweder bei Verwandtenleben nun in ihre Dörfer zurückgekehrt sind, nachdem sich die Fluten zurückgebildet haben. Man schätzt, dass noch etwas über eine Million Menschen in Camps leben, wo sie von Hilfsorganisationen an sich relativ gut versorgt werden. Die grosse Herausforderung für die nächsten Monate wird sein, dass ihnen jene Menschen, die nun zurückkehren, wo sie alles zerstört vorfinden, dienen, diesen Menschen eine Existenzgrundlage zu geben. WDR 2